Herzlich willkommen bei der Firma ProHandling. Ich begrüße Sie heute zu einem neuen Produktvideo und zwar möchte ich Ihnen die Serie 6 vorstellen. Die Serie 6 von unseren drei Armen ist dafür da, Sie zu entlasten, wenn Sie Arbeiten haben, wo man eine extrem lange Reichweite braucht. Der Arm ist wie folgt aufgebaut. Er hat wieder seinen Radial-Kipparm, der sich um 360 Grad drehen kann, das ist hier der hintere, und natürlich kippen kann. Das Kippen ist wichtig, damit man auch in verschiedenen Höhen arbeiten kann. Aber die Besonderheit des Armes liegt hier, das ist eine Linearführung, die ihm extreme Reichweite gibt. Also ich zeige das mal kurz, wenn man das jetzt so komplett ausfährt. Hier ist der Fixpunkt und Sie sehen, das ist schon ein ganz schönes Stück. Das geht natürlich auch in beide Richtungen und man hat dadurch eine sehr große Reichweite von über zwei Metern. Zusätzlich kann der Arm Gewichte bis zu 18 Kilogramm aufnehmen und man hat hiervon wieder die Werkzeugaufnahme, die angepasst an ihr Werkzeug werden kann und die es auch in verschiedenen Ausführungen gibt. Kann dann jetzt, ist hier frei beweglich und drehbar, das kann alles festgestellt werden. Und was es natürlich auch wieder dazu gibt, ist eine Bremse, wenn man das möchte, eine manuelle Bremse, dass der Arm festgestellt werden kann. Ja, wenn Sie eine Anwendung haben, wo Sie wirklich große Reichweite brauchen, dann wäre dieser Arm genau der richtige hier. Wir beraten Sie gern dazu. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail oder rufen Sie an. E-Mail-Adresse und Telefonnummer finden Sie unter dem Video. Vielen Dank und liebe Grüße von ProHandling. E-Mail-Adresse und Telefonnummer finden Sie unter dem Video. E-Mail-Adresse und Telefonnummer finden Sie unter dem Video.